Für Alessandro Schöpf vom Bundesligisten Schalke 04 ist die Saison vorzeitig beendet. Er fällt vier Monate aus, Saisonende, sagte Trainer Domenico Tedesco nach dem 0-2 am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach. Der Österreicher hatte beim 2-2 vor einer Woche bei Hertha BSC Berlin einen Außenbandriss im linken Knie erlitten. Wir wollten es eigentlich kleben, aber da war kein Band mehr, es war zerfetzt, berichtete der Schalker Coach. Ursprünglich waren die Königsblauen davon ausgegangen, dass Schöpf acht bis zehn Wochen ausfällt. Werbung Werbung Untertitelung des ZDF für funk, 2017